Ihr dachtet schon, die Geschichte rund um Lörrach würde hier den Rahmen springen? Dann passt mal auf, was gerade in einem kirchlichen Seniorenheim in unserer Hauptstadt Berlin passiert. Und vor allem, was das Landesamt für Flüchtlinge in Berlin selbst damit zu tun hat. Jetzt bekomme ich die Meldung, dass die Berliner Diakonie 110 Bewohner eines Altenpflegeheimes gekündigt hat, um in dem Gebäude künftig Flüchtlinge unterzubringen. Und künftig heißt, schon seit Anfang Februar. Die Berliner Johannesstift Diakonie war anscheinend verwundert und verzweifelt, als nun feststand, dass das Altenpflegeheim Wohnen und Pflege Schillerpark im Berliner Bezirk Wedding keine Zukunft mehr haben würde. Zitat, ausgelegt für 141 Heimbewohner war das perfekt passende Gebäude in der Müllerstraße 2006 auf einem großen Gelände vom Paul-Gerhard-Stift angemietet worden. Als Mindestpachtzeit wurden nach Angaben des Johannesstifts 25 Jahre vereinbart, inklusive der Option der Verlängerung. Das bedeutet, dass knapp 10 Jahre vor Ende der regulären Pachtzeit und trotz der Option einer Verlängerung das Paul-Gerhard-Stift 2021 Eigenbedarf anmeldete. Die Umplanung zu einem Flüchtlingsheim und die damit verbundene Kündigung zum Eigenbedarf ist unzulässig. Also wie genau ist das Ganze abgelaufen? Dem Angehörigen eines Mieters ist letztes Jahr im November dazu eine Stellungnahme in die Hände gefallen, die dort zirkulierte. Der Pfarrer und Stiftsvorsteher Martin von Essen hatte diese selbst unterzeichnet. Laut Fokus liest sich diese Stellungnahme so, als hätte der andere Kirchenstift, also die Johannesstift Diakonie, auf eine Kündigung gedrängt. Wohlgemerkt die Einrichtung, die das Seniorenheim selbst betreibt und einen 25-jährigen Pachtvertrag unterzeichnet hat. In diesem Schreiben soll außerdem keine Rede von einem Eigenbedarf sein, sondern lediglich von einer Schließung des Pflegeheims. Über den Mietvertrag bis 2031 steht da auch nichts drin, sondern von einer Vereinbarung, in der sich Vermieter und Pflegeheimbetreiber auf eine Gebäudenutzung bis 2024 geeinigt hätten. Kurz vor Ende der Stellungnahme hebt der Pfarrer und Stiftsvorsteher eine jahrzehntelange Erfahrung in der Geflüchtetenarbeit hervor und kündigt abschließend an, dass das Refugium des Stifts die Plätze für mehrfach traumatisierte Schutzbedürftige ab Ende 2022 und 2023 erweitern werde. Ein Angehöriger fasst es ganz gut zusammen. Sicher könne man verschiedener Meinung sein, was höheres ethisch-moralisches Gut sei. Hochbetagten, pflegebedürftigen Mitbürgern im wohlverdienten Lebensabend medizinisch und pflegerisch zur Seite zu stehen oder wegen Hunger und Bürgerkrieg aus ihrer Heimat Geflohenen zu helfen. Ich sage es hier ganz eindeutig. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die den Wohlstand dieses Landes und dieser Gesellschaft maßgeblich mitzuverantworten haben, sind ohne jede Diskussion niemals gegen Flüchtlinge abzuwägen. Das Land, allen voran die Kirche, welche maßgeblich vom Steuerzahler finanziert wird, ist es den Menschen schuldig, dass so etwas niemals und unter keinen Umständen passieren darf. Wenn es keinen passenden Wohnraum für Geflüchtete aus aller Herren Länder gibt, die im Regelfall mehrere sichere Ländergrenzen durchquert haben, bevor sie überhaupt hier in der Bundesrepublik auftauchen, dann gibt es eben keinen Wohnraum. Die Lösung darf auf gar keinen Fall sein, dass schwerkranke, alte Menschen für so etwas umziehen müssen. Und dann erfahren wir noch, dass es sich sehr wahrscheinlich um finanzielle Gründe seitens der Kirche handelt. Dazu sehen wir im Artikel noch dieses nette Bild mit folgender Unterschrift. In Kirchenkreisen gilt es allerdings als offenes Geheimnis, dass der Betrieb eines Flüchtlingsheims finanziell ungleich attraktiver ist als der eines alten Pflegeheims. Und noch weiter unten heißt es, für Flüchtlingsheime zahlt das Land so viele Zuschüsse, dass sie im Gegensatz zu kostenintensiveren Pflegeheimen schnell schwarze Zahlen schreiben. Knapp die Hälfte der 110 Bewohner, die zur Zeit der Bekanntgabe der Schließung Mitte September im Heim lebten, haben laut Lilian Rimkus bis zum Jahresende das Heim verlassen müssen. Der anderen Hälfte sei bis Ende 2023 gekündigt worden. Allen Bewohnern sei angeboten worden, sofort in andere Pflegeeinrichtungen der Johannesstift Diakonie umzuziehen. Zitat, Dieses wurde zu unserem großen Bedauern nur begrenzt wahrgenommen, hauptsächlich wegen der dadurch entstehenden fehlenden räumlichen Nähe zu Angehörigen. Zudem unterstütze der Sozialdienst alle Bewohner, auch bei der Suche nach Einrichtungen anderer Anbieter. Na da haben die aber Glück gehabt. Nachdem dort Menschen, die ihr ganzes Leben lang für den Staat und für eure Kirche gearbeitet haben, 15 Jahre lang dort gelebt haben, wird ihnen aus allem Anschein nach aus monetären Gründen ihr Zuhause, was ohnehin schon nur schwer ein Zuhause werden kann, weggenommen. Dann bietet man ihnen Hilfe an, wieder eine neue Unterbringung zu finden und stellt dann mit Bedauern fest, dass diese Hilfe nicht so angenommen wird, wie man erhofft hat. Wer sagt denn, dass sie in einer anderen Einrichtung der Diakonie nicht möglicherweise dasselbe Schicksale leiden müssen? Ein Angehöriger berichtet, dass tagelang Container vor dem Gebäude standen und dort Möbel der Bewohner einfach weggeworfen worden seien. Etwa die Hälfte der Bewohner war nach Angaben des JSD schon zum Jahresende 2022 gekündigt worden. Die andere Hälfte muss die Wohnung bis Ende 23 räumen. Inzwischen sind in den beiden oberen Etagen die ersten Flüchtlinge eingezogen. Außerdem habe man die Entscheidung zur Umnutzung nach dem vorzeitig geänderten Vertrag getroffen. Das ist der Vertrag, der geändert wurde, nachdem das Paul-Gerhard-Stift gegenüber dem Johannes-Stift Eigenbedarf angemeldet hatte und das Vertragsende von 31 auf 24 vorgezogen wurde. Zuvor hatte man versucht, alle Bewohner und Mitarbeiter kollektiv umzusiedeln. Nachdem dies aber scheiterte, hat man sich dann eben für diese Lösung entschieden. Und die Leidtragenden sind die Menschen, die dort ihren wohlverdienten Lebensabend verbringen wollten. Jetzt aber kommt meiner Meinung nach der richtige Kracher. Die Berliner Zeitung schreibt weiter, dass laut Paul-Gerhard-Stift die Umnutzung des Pflegeheims keine wirtschaftliche Entscheidung war, sondern rühre aus den Bitten des Landesamts für Flüchtlinge, kurz LAF. Ich habe zu diesem Thema seitens des Landesamtes keine Stellungnahme im Internet finden können, also habe ich einmal nachgefragt und heute Vormittag auch schon eine Antwort erhalten. Meine Nachricht war folgende. Die BZ schreibt, dass laut LAF das Paul-Gerhard-Stift gebeten habe, das Seniorenheim, Pflege- und Wohnen-Schillerpark in ein Flüchtlingsheim umzuwandeln. Bisher habe ich leider keine Stellungnahme von ihrem Amt im Internet dazu finden können. Die Antwort hat mich dann doch überrascht. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten arbeitet bereits seit einigen Jahren vertrauensvoll mit dem Paul-Gerhard-Stift zusammen. Das angesprochene Objekt wurde dem LAF vor einigen Wochen als leerstehende Unterkunft von unserem Kooperationspartner angeboten. Da im benachbarten Bezirk Reinickendorf eine Containerunterkunft einem geplanten Sozialwohnungsbauvorhaben weichen musste, hat das LAF dann diese Option wahrgenommen. Bis zu 126 Menschen aus der Ukraine konnten Anfang Februar in die Unterkunft einziehen. Das hatte für umziehende Schulkinder den Vorteil, dass sie aufgrund der räumlichen Nähe ihrer gewohnten Klassen weiterhin besuchen konnten. Also, das Paul-Gerhard-Stift meldet gegenüber dem Johannes-Stift Eigenbedarf für das Gebäude an, welches einen noch laufenden 25-jährigen Pachtvertrag für eine Seniorenunterkunft hat. Man möchte das Personal und die Bewohner im Kollektiv umsiedeln in eine andere Einrichtung. Das funktioniert aber nicht. Dann setzt man sich zusammen und ändert einfach die Verträge. Wohlgemerkt der Vertrag inklusive der Option zur Verlängerung für das Seniorenheim. Jetzt spricht man von einer Vereinbarung, in der sich Pflegeheimbetreiber und Vermieter Ende 21 auf eine Gebäudenutzung bis 24 geeinigt hätten. Weshalb die Anmeldung für den Eigenbedarf und anschließend dann das leerstehende Gebäude an das Landesamt für Flüchtlinge gemeldet wird oder denen angeboten wird? Das weiß man nicht. Und dann soll man auch glauben, dass es hier nicht um wirtschaftliche Interessen geht, dass hier die eine Rendite einfach gegen die andere, gegen die bessere eingetauscht wird. Alles im Namen der christlichen Nächstenliebe, nicht wahr? Unten finden wir noch ein schönes Zitat unserer noch Innenministerin Nancy Faeser. Sie behauptet bei RTL, auf Wohnungsmangel und Preise wirkt sich die Unterbringung der Geflüchteten überhaupt nicht aus. Das kann man jetzt sehr großzügig interpretieren. Gemeint ist damit, dass 70% der Ukrainer privat untergebracht sind. Offensichtlich sehen wir aber, dass es anders aussieht. Wo wir gerade bei der SPD und ihren fähigen Politikern sind, springen wir nochmal zurück zum Fokusartikel. Martin Matz von der SPD, dieser junge Mann hier, war von 2018 bis 2021 Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Soziales. Er ergatterte sich bei der grandiosen Wiederholungswahl in Berlin seinen Platz als Abgeordneter zurück. Aufgrund dessen wollte er sich wegen laufender Sitzungsverpflichtungen am Montag gegenüber Fokus Online nicht zu dem Vorgang äußern und verwies zurück an Pressestelle und Vorstand des Paul-Gerhardt-Stifts. Was aus einem Grund ebenfalls kurios ist, denn Matz ist auch Vorsitzender des Kuratoriums des Paul-Gerhardt-Stifts und damit oberster Kontrolleur von PGS-Chef Martin von Essen. Seit 2022 ist Martin Matz ehrenamtlich Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Paul-Gerhardt-Stift. Ihn sehen wir hier. Ein kleiner Exkurs noch in die Schweiz. Dort können wir derzeit beobachten, dass es unseren Nachbarn ähnlich ergeht wie uns. In der Gemeinde Seegräben wurde einem Mieter vorsorglich gekündigt, da nach der Kriegssituation in der Ukraine der Verteilerschlüssel für Flüchtlinge in der Schweiz geändert wurde. Von 0,5 auf 0,9%. Laut Vorgaben muss die Gemeinde jetzt insgesamt 13 Flüchtlinge aufnehmen. Bisher wohnen dort aber derzeit nur 9. Der Kanton Zürich könnte Seegräben also jederzeit 4 weitere Flüchtlinge zuweisen. Deshalb die Kündigung. Vorsorglich. Das wird aber noch besser. In dem Schreiben steht, Zitat, Trotz intensiver Suche in den vergangenen Wochen lassen sich aktuell keine geeigneten Wohnungen über den freien Markt finden. Das sehr knappe Wohnungsangebot in unserer Gemeinde hat den Gemeinderate deshalb dazu bewogen, die Gemeinde eigene Wohnungen zukünftig hierfür zu nutzen. Wir bedauern, dass wir keine andere Lösung finden konnten und hoffen, dass sie schnell eine neue Wohnung finden. Wir hoffen, dass trotz der für sie unerfreudigen Situation das Mieterverhältnis mit gegenseitigem Respekt und Anstand abgeschlossen werden kann. Im Klartext, wir finden keine Wohnung für die potenziellen 4 Flüchtlinge, die wir noch aufnehmen müssen, sobald man sie uns dann zuteilt. Daher nehmen wir jetzt die Wohnung, welche wir an sie vermietet haben und setzen sie dann einfach auf die Straße. Aber wir wünschen ihnen viel Glück dabei, eine neue Wohnung zu finden. Also das, was uns nicht gelungen ist. Aber du, also sie schaffen das ganz sicher. Tschaka. Ach ja, drei Monate Kündigungsfrist. Die 5,5 Zimmer Wohnung liegt direkt über einem Kindergarten. Die Frage ist doch, wann wachen die Menschen auf? Die gewählten Listenpolitiker tanzen hier den Menschen ganz offen auf der Nase herum, pfeifen auf das, was sie geleistet haben. Wie lange noch? Wie lange kann und wird das vielleicht noch gut gehen? So hier sieht es übrigens aus, wenn das Paul-Gerhard-Stift es sich zur Aufgabe macht, der Stadt Berlin den Segen zu geben. Und deshalb haben wir im Paul-Gerhard-Stift uns das zur Aufgabe gemacht, der Stadt den Segen zu geben, weiter zu geben, damit andere und wir für andere Menschen zum Segen werden. Danke an Martin von Essen, danke an die evangelische Kirche, die das hier zulässt. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen erkennen, was für ein geldgieriger, elender Haufen ihr seid und weiterhin fleißig aus der Kirche austreten werden. Es ist wirklich bemerkenswert, wie viel eine Gesellschaft ertragen kann und freiwillig erträgt. Ist das, was mit den armen Senioren in Berlin passiert, gerecht? Das, was in Lörrach passiert? Das, was den Menschen vielleicht in Upal droht oder was direkt nebenan in der Schweiz gerade abläuft? Vielleicht habt ihr ja Antworten auf meine Fragen. Das war's mit dem heutigen Video. Das nächste Video zur Demo bzw. dem Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Harter Barfair erscheint hier morgen. Wenn ihr dieses und weitere Videos in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst gerne eine Bewertung da. Bis dahin, macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020